Wopan Gangnam Style So geil hat mein Lerner gesagt ja, er hat sich jetzt extra wegen dem Referat Dark Shadows angeschaut und hab wieder mit dem so über Dark Shadows geplaudert und den muss ich auch mal wieder angucken, den hab ich schon länger nicht mehr gesehen Ja der ist doch geil, der ist doch geil Wir müssen nachher mit meiner Mutter reden, dann haben wir in Gambit gehen Okay Äh, Watcher Mitch Und der läuft wahrscheinlich nicht besonders gut, der läuft nämlich in Cinemax jetzt glaube ich nur noch einmal am Tag Ach so, hab's voll Mich voll scheiße Hallo Was freckend wie die bringen sie erst gar nicht? Ich hab mich so auf den Film gefreut und die bringen wir nirgendwo in ganz Augsburg Das ist so scheiße Toll Ja genau, da muss ich nur was von meinem Genspiel von dem Film erzählen Äh Aber wenn ich nicht was erzählt hab Ähm Was für Batman Ja Natürlich Ich hab natürlich gedacht, dass die Tod ab 16 ist Hm Egal Wie Tod ist doch nicht ab 16? Das ist eine 6 mit einer 1 vorne dran Genau Ja Ja Also Das ist so ein Typ, der bringt gerade auf uns was Genau Ja Ja Genau Ja Genau Ja 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 Ich hab das denn nur irgendwie planlos durch den Wald ohne irgendwas zu finden Schaustellen sie mal, oder? Ne, ich rede ja mit dir Ja Ja Ich hab jetzt 3 Seiten, ich hab keine 3 Seiten, ich hab da einfach so eingesetzt Ja 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 Ich bin jetzt einfach zu lang rumgegangen, die Arsch denk ich Ich laufe nochmal nach links Ich laufe dann links Da da rechts Das ist zu spät So ein mischt aber auch Du bist wie Daniel Ich hab dir recht weil! Links, rechts, links, rechts So Ja. Ja, wenn ich verlasse, dass wir von mir vorbei sind. Mir fehlt noch einer. Echt? Deutsch-Mündlich. Ja. Ja. Dann kriegen wir, also nicht nur so Dienstag, dann Schule, um 8.15 Uhr. Dann kriege ich ein Buch, das muss ich dann bis Freitag ein Referat übermachen mit dem Buch. Okay, und das ist dann mündlich. Ja, das ist dann halt mündlich. Toll. In der Schulzeit konnte ich wenigstens nur ausprobieren. Das Buch, da habe ich dann Harry Potter genommen. Okay. Ja, klar. Harry Potter. Aber das ist ja scheiße, wenn die dann ein Buch aussuchen. Das ist dann bestimmt irgendwie so ein... Ja, das muss dann auch einen Hintergrund geben. Aber weißt du, sowas mit den Armen, Drogen und so Zweikreis und sowas. Das ist so scheiße. Ich habe es schon gelesen und dann habe ich mir keinen Vorteil. Dann hätte ich es wenigstens garantiert, dass ich fast die ganze Schulmüriere schon gelesen habe. Aber wahrscheinlich kommt bestimmt ein Buch von denen, wo ich nicht gelesen habe, welche langweilig ich fand. Schule. Ja. Als ob ihr euch lieber irgendwas verraten macht, was euch gefällt. Ja, vor allem in der Info. Ja, so meine ich ja. Wir durften jetzt auch gerade ausprobieren. Ja, so verkeilig sind wir jetzt auch so ein Fahrrad ausprobieren. Das ist das Misch. Wenn wir teuschen, drei Scheiß-Themen machen, müssen wir dann mal eben lieber ausprobieren. Ja, und ich meine, wenn du das interessant findest, dann... Dann machst du was Besseres. Ja, eben. Dann suchte da viel lieber Sachen raus. Dann gibt es gleich mehr Spaß. Da sind jetzt irgendwie... Ja. Was hätte ich dann gehalten? Drei Themen, die ich gerne halte. Ja, der Referat über Hannibal Lecter. Das wäre geil. Oh, ja. Das wäre cool. Zumindest über die Geschichte des Horrorfilms. Das ist ja auch interessant. Ich kann sie schon wieder zurückgehen. Fünf. 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 Das wird jetzt einfach die Lagerrunde. Ja. Stammtisch und so. Ja. Prost. Ich poste dir mit Luft zu. Dann musst du zurück posten. Ja. Und so. Prost. Ja. Hii. Hallo. Ich komme gerade irgendwie gar nicht vor. Ist das da oben Orion? Müsste ich das wissen? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja. Haus. Yay, aufweich schon Haus ist. Das ist ja ein Blüste. Ja, ein Blüste. Und ich hab auch noch nicht. Ich meine, wenn es Licht ausgekastet wird, muss ich überhaupt nicht leben lassen. Kannst du euch leben sein? Ja. Ich stehe da dran nicht weg. Ich stehe dich um und laufe mir in die Arme. Dann umarmt er dich. Oh. Das ist nicht ganz arg. No. Das ist doch kein ganzes Style für mich. Ja. Ich hoffe, das ist nie sonderlich geil. Aber das gestern sie sind, das ist echt geil. Ja genau, ich glaub, wenn ich an die Stelle da hast, ist es auch schon mal. Ich will fertig. Ich will fertig werden. Ich will fertig werden. Wo bist du wieder? Ich glaub einfach, wann irgendwann macht das dann schon wieder. Aber genau an der Stelle bin ich immer schon mal hingekommen. Und ich dann auch in der Woche. Weißt du, wenn man getrillt werden will und dann, weißt du, so ist so eine ewig lang gewohnt und ich meinte immer wieder, wenn es angefangen hat zu flimmern, bin ich nur geradeaus geglaubt und dann hat es irgendwann wieder aufgehört und es war wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde. Ah! 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 Oh mein Gott! Das war gemein! Ja! Ich kann doch einfach so... ...stand er da! Zwei Seiten! Wow! So jetzt sind wir jetzt tot! Ja! Danke, Slendy, dass du dich endlich bei uns erwarmt hast! Jetzt will ich nicht sterben, Mami! Das war jetzt echt fies! Ja, der hat sich einfach teleportiert. Einfach sofort! Der hätte sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir schon sterben wollen, dann haben wir uns trotzdem erstreckt. Klar, danke, Slendy! Zumindest sind wir tot! Ja! Wenigstens etwas! Mhm! Ich soll echt mal wieder Haare schneiden, die sind viel zu sagen! Ja! 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 Ja!